Das heißt eigentlich wieder den Kick machen. Den komm ich zuvor. Wenn ich die Auslage mache, den ich mit dem Schritt rein mache, dann kann ich meinen Liegestütz jetzt nicht. Jetzt hier habe ich auf einmal Halterkraft drin. Und diese Halterkraft wird hier nach oben. Der Linksauslager ist, der macht den Kanz. Jetzt wieder treten. Ich komme hier zur Kur.